video hier auf youtube und heute sehen wir das neue simulatorspiel ich habe schon mal angefangen alles geguckt habe auch schon ein paar städte und so gemacht weil ich habe mir erst mal überlegt da muss ich das aufnehmen aber dann ist mir aufgefallen ich habe sonst nichts zum aufnehmen und ja deshalb ist es optimal ist jetzt nicht mal eben nur kurz so man schreibt sich kann ich besser zocken irgendwie ja ich weiß es müsste hier eine neue welt machen ja komm nigger passiert ja eh nix von daher neue welt so wir können jetzt hier auf menschen gehen und dann haben wir die menschen und ich sag mal hier kommt das erste folgen ja die grafik kann man machen ist die tonqualität ihre serien und dann werden wir noch mit nachbarn die dörfer machen die noch ist halt da gar keine dorfgemeinschaft die werden sich gleich in neues dorf gründen müssen das kann man den ganzen tag spielen naja hier werden wir jetzt ohne eine gemeinschaft machen weil wenn das jetzt nicht klappt dann weiß ich auch nicht so 30 soldaten beziehungsweise menschen dann müssen die hier ja wir machen jetzt hier richtig viele rein das muss die weltbevölkerung halt auch ein bisschen Ich bin leiser, Leute, weil ... Das sind ein paar Leute. Ich mach mal einen Cut, bis wir die 400 erreicht haben. Bis gleich. So, Leute, wir haben die 400 erreicht. Und man sieht es, es ist ... Oh, hier ist ein neues Volk entstanden. Geil. Und hier noch Gulasch. Ja, 410, Leute, Digga. Da kann man nichts machen, Digga. Wir gönnen euch ein paar ... So, sollen wir den Krieg geben? Können wir den Radius vergrößern? Wir nehmen natürlich den größten von allen. Und jetzt kommt der Weltkrieg. Oh, guck mal, die Rücken jetzt. Die machen jetzt eine Invasion. Guck mal, der da alleine. Die haben noch kein Bündnis geschlossen. Keine von jeden. Oder? Ne. Keiner. Hat ein Bündnis. Das ist ein geiler Programm, Digga. Ich hoffe, die verrecken da jetzt nicht. Die Map werden wir ja speichern, weil das wird dann meine YouTube-Map. Ja, Digga, der ist eingenommen worden. Gulaschweih. Gulaschweih. Gulaschweih muss ja auch noch größer werden. Dann ARGO! Geld mit. Ich machen им Cut bis ich die 400 habe. Biss gleich. So Leute, wir haben die 400 erreicht. muss schweig und im ring so leute wir erklären jetzt wieder der ganzen welt der verbrauchten krieg aber wir nehmen zu namen nicht nicht groß hier siebischos Da kommen die Bomben. Das schwarze Wasser runterfällt. Warum Schneek hat eine gute Verteidigung? Aber im wahrsten Sinne, sie können einfach nichts gegen die Verteidigung machen. Guck mal, wie die wirklich schleudert werden, die Leute. Guck mal, wie die Werteidigung. Guck mal, wie die Werteidigung. Jetzt kommt die Bomben. Bei den Weihnachtsmann soll ich mich nicht anliegen. Na genau deshalb. Feindliche Jägerstoffe. Oh oh. Ja, die Jägerstampel, die hat alles. Ja. Ja. Ja.